Zerstöre 10 Objekte mit einem einzigen Kamehameha. Also ich mache das natürlich wieder mal in Gruppenkeile. Geht einfach zu einem Verkaufsautomaten von Dragon Ball. Kauft euch da den Kamehameha. Dann sucht euch ein Gebäude aus, wo zum Beispiel Maschinen oder so weiter sind. Geht dann zum Ende des Gebäudes hin und setzt das Kamehameha ein und bleibt direkt an der Stelle. So wie ihr seht, zwischen Maschinen, Truhen und so weiter habe ich insgesamt 10 Objekte zerstört und die Ausgabe ist somit erledigt.